Die Auszahlung des Arbeitslosengeldes Die Auszahlung des Arbeitslosengeldes Die Auszahlung des Arbeitslosengeldes Das macht 89 Euro und 20 Cent. Ich hab gar kein Geld dabei. Gottverdammt. Sind Sie Herr Batzback? Ja. Herr Batzback. Ja, gut. Sie haben noch ein paar offene Rechnungen und... Weißt du, Lasskraftwagenfahrer. Okay. Ja, gut. Aber, äh... Und jetzt ist es hier. Ja. Ja. Vielen Dank.